Nancy, kleine Nancy, die sieht jetzt riesig aus neben den neuen Kätzchen, ja, kleine Nancy. Jetzt kommt die wieder, ist eifersüchtig. Jetzt ist ihre orange dreckig und da haben wir ein kleines süßes Mückwäuschen. Oh, wie süß, die tut auch schon bellen hier im Stall, ja, Baby, kleine Maus und die kleine, kleine, kleine Mensch, kleine Mensch, ja, und dann werde ich hier noch abgeschleckt, die Prinzessin. Und die, wenn du sie kraulst, dann zu 10 Minuten, dann hat sie genug und dann kriegst du schon auf die Nase. Und die soll auch gefilmt werden, richtig? Und sieh, der ist ein Olchi, kennt ihr die Olchis? Und die meisten Kotzen sind drin, wie der kleine Mäuserich hier. Tafi! Tafi! Wo ist der Tafi? Ich glaub, hier drin? Tafi! Oh, wie süß er ist! Kleiner Tafi! Ich bin's! Ich bin's! Ja, Tafi! Hier, Mäuschen! Jetzt checkt er, dass ich's bin! Ihr ein feines Baby! Ja! Tafi! Jetzt wittert er den Vieh in diesem Magen nämlich nicht. Hier, guck, der macht so. Verschwinden sie. Ja, und du bist auch noch da, wir mich hier. Ich bin auch noch da. Ja, du bist auch noch da. Und da ist noch ein süßes Mäuschen. Der Tafi guckt aus. Ja, jeder ist dort wohl. Und der Bambus, der streckt sich auch hier rum. Und die, wie eine kleine Mückomaus. Und die freut sich auch. Jetzt kommt Maghreb. Es ist schon 7 Uhr, denke ich. 7.30 Uhr. Ja, und die frisst immer noch. Der Pool. Also frisch gemacht. Und dann ist der wieder reingegangen mit seinen dreckigen Pfötchen. Ja. Malus, die geht alle Baby. Die haben, die Baby ist so zahm. Und dass jeder sie streicheln kann. Guck. Sie hat aber immer noch Respekt. Aber sie ist total süß, die Baby. Da ist die Baby. Hallo, sie wird da, die Baby. Da ist die Rosi. Rosi. Wenn du ihr zurückzminkst, dann zwinkelt sie zurück. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich erhebe Allah, was allah. Ich erhebe Allah, was allah. Ich erhebe Allah, was allah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 komm bitte! abwech BASE abwech BASE abwech BASE abwech BASE Was tat du schon? hier die reine woooo ich bin schon einfach hier Eine versteckt sich immer hier. Dann sind alle drei hier. Da ist die Mütze. Und da drei. Ich habe vergessen, wie der Junge heißt. Cinderella Chips Chips. Und du bist fertig? Sind sie fertig mit dem Schmatzen? Ich will euch zeigen, wie sie dann danach einbeißt. Wenn man sie streichelt. Guck, guck. Jetzt geht man. Wenn man sie lange streichelt, dann sagt sie, was wagen sie, mich so lange zu streicheln. Die vier Häschen hier. Also die Mutter von den drei Babys. Ist zu einer glagegangen. Die Junge ist zum Übernachten hingegangen. Und die Maus ist riesig in echt. Das glaubt ihr nicht. Guck mal, wie riesig die ist. Eie. Die ist so groß wie die zweimal, glaub ich. Baby, sie lobby. Der Tino, der ist so süß. Fausel. Guck, wie sie kommt. Wie riesig die ist. Fausel, der ist so auf mich. Immer wenn ich das mache, dann kommt er. Der denkt sich, was wagt ihr. Was kommen sie zu mir. Und du, bist du jetzt wieder gut mit mir? Ja, der ist gut und tut mich wieder beißen. Liebesbisse. Und dieses süße, unschuldige Gesichtchen. Die ganzen Mücken sind da. Du Fausel. Du,uber. Du, blev. Du, klein dem Maus. Du, klein. Du, klein. Du, klein. Du, klein. Du, klein ist so so handy, das. Du, klein ist so handy. Das ist so süß. Und unschuldige Blick. Fische. Offen wir die Einweifel. Ja. Ja. Das war's. Du hast wieder eine kleine Schrauben! Du hast es, das war's zu sehen! Ich hatte eine gute Idee! Das war's für mich. Ich hab dir die Kamera verletzt. Ich möchte die zu dir und deinem Schrauben auf den Körper. Ich möchte die der Finger auf die Finger auf dir schrauben. Ich möchte die Finger auf dir schrauben. Wenn du sie schrauben, dann gibt es keine schrauben. Wenn du sie schrauben, ich möchte, wenn du sie schrauben, du sie sie schrauben. Wollt ihr ein Skilgofa Skilgofa Skilgofa? Wir sehen uns, wo ihr sie anguckt. Tani, Tani, schau vorher. Ihr feiner Fausel. Ihr fein. Ihr fein, hat ihr geredet. Ihr fein. Guck mir sie da. Was wagen sie? Du hast mich mehr gesehen, da hat der Habibi Fausel. Guck mir sie, guck. Ich liebe es, wie ihr sie böse anguckt. Wie ihr sie dann böse anguckt. Tani, Tani, schau vorher. Ihr feiner Fausel. Ihr fein. Ihr fein, hat ihr geredet. Ihr fein. Guck mir sie da. Was wagen sie? Du hast mich mehr gesehen, da hat der Habibi Fausel. Guck mir sie, guck. Ich liebe es, wie ihr so böse anguckt. Fausel. 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 Ja, dann müssen wir noch. Der Bubu war heute baden. Der hat sich voll gesaugt da. Da. Der hat sich voll gesaugt mit dem Wasser. Jetzt hat er es umgeschüttet. Und jetzt müssen wir es wieder voll machen. Wie wir das machen, ist eine andere Frage. Hatige da Assaya ist ein Assaya. Wir brauchen einen Stock, damit ich das von außen hin so kippen kann. Möge nicht so koppeln hat. Es hat sich پ vést. Wenn du also da? Und das? Was ist das? Es ist eine Art von uns. Wird ich mit der Decke. Wird ich mit der Decke. Ja, genau. Acht. Das ist wirklich es. Das ist schon besser. Mein Schwert. die mama hat die klima an man hört und der bobo ist befreit ihr haus ist alles voller schaukeln super finde sie das die kriegt es nicht und dann habe ich gesagt andere seite die mussten mein gehirn benutzen mein faus der pool sieht bestimmt aus wegen dem wind 10 stunden später der pool sieht bestimmt aus wegen dem ganzen wind was sind heute war es auch sehr stark windig und ich habe mir gestern die zahnspange bekommen leute oben ist es ist nichts unten das ist nichts im gegenzug zu also das tut so weh warum ist das wasser weniger geworden weil es hat sich ich weiß nicht was auf deutsch heißt aber auf jeden fall ist es wegen der hitze ihr wisst wenn wasser kocht da ist wenn das werden wir es länger kochen lassen das sind kein wasser mehr drin was bedeutet was heißt es wenn das wasser weg ist das meine ich aber ich weiß gar nicht was es auf deutsch heißt ja ja und der kleine mäuserisch ja und dann habe ich heute noch ein bisschen gelernt ich habe dann noch eine tablette genommen gegen die schmerzen wird es tut so weh leute und ich bin da aus wie sie aus wie ziege als dieses mama erzählt da was sich totgelacht weil die ziegen ja so sehen ziegen aus und so sehe ich aus bisschen weil weil die zahnspange hat ja platz und dann sieht man meine zähne und dann sehe ich auch so aus k физisch infringав es ist Yaz ông sehr let's hier ist Das ist ein Anni. Nein, sie haben einen Warnabisch-Dickel. Anni! Sie hat gesagt, wie findest du, wenn ich in den Ferien mit dir Englischkurs... Du gibst mir Englischkurs. Da habe ich gesagt, du bist die Erste, die keinen Englischkurs, meinen Deutschkurs von mir kriegt. Wenn sie keinen Bock hat zu lernen, dann ist es einfach so. Also, ich habe versucht, ihr was in Englisch zu erklären, weil sie hat ihre Englisch-Hausaufgaben gemacht. El-Ham-Den-Ela, zwei Eier. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Die hat es nicht kapiert, ich habe es fünfmal erklärt. Und die hat es nicht verstanden. Wenn sie nichts verstehen will, dann versteht sie es auch nicht. Dann kannst du machen, was du willst. Irgendwann hat sie gesagt, dass sie mit der Mensch ist. Das Einzige, was sie gut kann, ist zu singen wie ein Idiot. Du bist die Meinung, ich weiß nicht. Ich bin in der Schule, ich bin in der Schule, ich bin in der Schule und ich bin in der Schule. Ich habe das Einzige, ich habe das Einzige. Das ist ein Einzige, ein Einzige, ein Einzige. Die hat die Eier gesehen, die will Eier essen. Die tut zurückzwinkern, wenn man sie anzwinkert. Das heißt, ich liebe dich. Die hat gerade getanzt. Die schämt sich nicht, die tanzt einfach weit. Und die Oma hat uns hier einen Pool gemacht. Die hat einen Schlauch angelassen und alles ist hier voller Wasser. Ich habe das so hier reingekehrt. Alles hier war alles voller Wasser. Das ist ein Schlauch, das ist ein Schlauch. Das ist ein Schlauch, das ist ein Schlauch. Das ist ein Schlauch, das mein Deutschkurs von ihr kriegt. Wenn sie keinen Bock hat zu lernen, dann ist es einfach so. Also ich habe versucht, ihr was in Englisch zu erklären, da sie hat ihre Englisch-Hausaufgaben gemacht. Elhamdulillah, zwei Eier. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Die hat es nicht kapiert. Ich habe es fünfmal erklärt. Und die hat es nicht verstanden. Wenn sie nichts verstehen will, dann versteht sie es auch nicht. Dann kannst du machen, was du willst. Ich habe es nicht verstanden. Uff! Ich habe es nicht verstanden. Das Einzige, was ich gut kann, ist zu spüren wie eine Eideok. Du bist nicht der Nähe, ich lebe. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es in der Schule, um eine Karte zu spüren. Ich habe es nur einen Karte. Ich habe es einen Karte. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einen Karte. Die hat es nicht verstanden. Bini, Baby, Baby. Hauut. Da hast du ja schon. Sam, Sam. Die hat die Eier gesehen. Die will Eier essen. Losi. Die tut zurückzwinkern, wenn man sie anzwinkert. Das heißt, ich liebe dich. Die hat gerade getanzt. Die schämt sich nicht. Die tanzt einfach weit. Und die Oma hat uns hier einen Pool gemacht. Die hat den Schlauch angelassen. Und alles ist hier voller Wasser. Ich hab das so hier reingekehrt. Alles hier war alles voller Wasser. Heidi und Jack sind wieder. Da die waren. Achso. Ich dachte mir, hier ist ja der Popo vom ersten Esel gewesen. Und hier sind dann die Ohren. Ich so, was? Ich hab das hier. Und hier ist es. Ich habe das. Das ist nicht so, was ich dir. Das ist so, was ich dir? Das ist sicher. Oh Baby. Was ist das? Ja, Koukou! Endlich! Was? 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 Was should we have you einst? I did not know you're going to sleep Was I next? What? To read me span the whole tree? It wasn't there What happened? Hey min upgrade! Open up a shirt! Ver Secondary. Come back together! Das war's. Das war's. Das war's. Es ist schön kühn das Wasser. ich will sie so gerne nachspitzen die kommt gleich wieder die liegt die macht es damit wir sie wiederholen die geht und macht das ist die ich es gibt die ich will sie es gibt die ich will sie ich will sie sie ich will sie ich will sie du kriegst ein ei auf den kopf geschlagen da hinten wascht sie sich die füße das gesicht ich kann es nicht tragen da steht sie habt ihr durch die sinkt einfach jetzt trinken die ich gehe dann wieder rein ich möchte noch arabisch lernen und englisch bei der füße erschreckt sich die hat angst allein heute ist es nicht viel passiert bei freitag mein urlaubstag ja